Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing. Guten Morgen, liebe Bewohner! Es ist Sonntag, der 24. November 2024, 11.34 Uhr. Trotz hat ich es vergessen, doch Jorn ist hier, um Grüben zu verkaufen. Doch nur bis Mittag, also zudert nicht zu lang, wenn ihr euren Vorrat aufstocken wollt. So, damit sind wir vor heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. So. Grothäusch ist schon wieder vorgelöst. Oder immer noch. Seato ist gerade online. So, Misuzu. Und die Akademie ist schön zu Hause. So, haben wir eine Viertelstunde. Ich würde sagen, auf geht's. Auf die Suche nach Jorn. Ich sag mal, bis zu 95 würde ich kaufen. So, dann suchen wir doch mal Jorna. Okay, Osterinsel ist es nicht. Jorin auch nicht. Bambusbereich auch nicht. Und die Gelbbaumbereich auch nicht. Astro-Bereich auch nicht. Ah, hier haben wir so. Komm schon, sei günstig. Oh, zu teuer. Nie zu teuer. 106 ist mir zu teuer. Oh shit. Jetzt wird's knapp. Weil die Auto ist mir auch zu teuer. Gut. Dann. Jorin. Ähm. Yoshi. Hallöchen. I don't remember English or German. So. Reben. Reben, Reben, Reben. So, gucken wir mal. Hier auf der NX-Sing. Das kommt. 91. 90. I'm fine, thanks. And you? My turnips are very expensive. So. So, ich hab grad mal 1, 2, 3, 4 Leute angeschrien. Und von mir sind's auch, alle grad irgendwie offline. Ah. Hm. 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 Ah, perfekt. Ich kann auch Bo-Rüben kaufen. Oh, yeah. What is your tournament price? Nehmen wir Manuk mal mit. Das ist ja immer das beliebteste. Ich will die immer so fleißig sammeln. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 sieh so lustig aus wenn die ich möchte fliegen online spiel und dann müssen wir noch kurz auf den dodokot warten müsst ihr euch schreibt dann gleich das ziel um wenn ich den dodokot habe so gut da wird gerade gechattet so hat aufgehört schade ich dachte gar nicht kommt der dodokot ich weiß gar nicht wer den günstigeren preis hatte aber die waren ja alle günstig ich bekomme gerade schon von dem alles aber dann kommt so allerdings ich habe noch einen minuten ich bin so unschuldig was macht ihr heute noch so schönes oder ihr plant vor der Welt ich habe noch eine Freundin angeschrieben ob sie heute Abend noch vorbeikommen will ich habe noch nicht geantwortet ich da keines. Uh, ist auch teuer. So, jetzt wurde wieder geschrieben. Six. Thank you so much for your follow. So, Dodo Code. Ich versuche nicht vorzulesen. Ihr wisst ja, wie verpeilig ich bin. So, jetzt wird ich mal wieder zurück auf Animal Crossing. Ähm, ich habe gerade einen Dodo Code bekommen. Wir fliegen gerade jetzt nach Berlin, um dort günstigere Rüben zu holen. Aber vielen, vielen lieben Dank. Also bei mir sind die halt echt 106. Es ist schon, boah. Aber danke dir. Das ist super nett für dein Angebot. Ich glaube, in Berlin waren die irgendwie unter 100. Das ist so... No, that möchte ich nicht kaufen. Das ist mir zu anstrengend. Dann zu gucken, ob ich da noch einen Gewinn mache. Da, da. Nur noch sieben Minuten. Immer diese Pressure hier. Ein paar Goodies für die Suche. Oh, wie süß. Das sieht schön aus, das Berlin. Sehr blumig. Nee. Nee, nee, mach ich nicht. Sorry, Siato. Bin ich nicht so der Fan von... Ich wollte heute gar nicht so lange Animal Crossing spielen. Heute ist mein Final Fantasy Tag. Heute ist eigentlich nur Rübenkauftag. So. Dann, ähm... Einmal hier. Alles Dankeschön. So. Finde ich die denn jetzt noch rechtzeitig? Wo ist die denn? Gerne ein anderes Mal. Wo finde ich die? Ah, ja, okay, gut. Ich kann hinterher. Schein ist mir hoch, oder? Oh nein, sag nicht, es wird jetzt 12 Uhr. Nein, okay. Ah. Perfekt. So. Genau, ich kaufe jetzt noch welche für 91. Das ist doch ein guter Preis. So. Nehmen wir. Perfekt. Juhu, wir haben Rübengegat. So. Und dann Dankeschön nochmal für den Follow. So. Okay, jetzt kann ich wieder heim. Wenn ich wieder heim finde. Hallo, Zara. So. 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 Perfekt, wir haben drüben den Tank und die NMT liegen am Eingang. So, ab nach Hause von Berlin. Dann würde ich sagen, spielen wir gleich noch eine Stunde Tetris und dann geht's ins Final Fantasy. Wie klingt das? So. So. Aber für den Tetris nehmen wir dann wieder einen anderen Controller. Seatro, bist du gestern eingeschlafen? Oh, ich habe gerade voll Bock auf ein Bier. Ich glaube, ich stelle mir gleich eins kalt für später. So. Wir können aber noch ganz kurz am Rathaus vorbei. Tetatron! Hey, ich muss sagen, aber ich habe es vergessen. Was war es? Ich wollte es auch nicht, aber schön, dass es nicht nur mir so geht. So. Sind wir jetzt Tag 1, ja, Wolf. Tag 1, 50 Bonusmeilen. Ähm. Ja, wir lösen Luke Meilen ein. Geht ja gar nicht. Ich habe mein Inventar voll, oder? Kann er doch gar nicht einlösen. Okay. Dann hätte sich das damit erledigt, ja? Gut. Aber da keines, wenn du im Discord bist, kannst du dir die Rolle Animal Crossing geben. Und dann ping ich, wenn ich das nächste Mal Animal Crossing spiele, ja? So. Jetzt gehen wir jetzt mal in unseren Rügenkeller. Und dann gehen wir jetzt mal in unseren Rügenkeller. Nicht essen. Verpflegen. lasstidin. Ja. Dann? Du. Du. Da. Du. Da. Du. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, bis zu sehen und bis zur nächsten Folge bei Animal Crossing.